Musik 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 Noch vor drei Monaten waren sie eine glückliche Familie. Jetzt ist Constanze Falkenberg allein. Ihr Mann und ihre drei Kinder sind tot. Wir waren auf der Heimfahrt. Plötzlich kam uns von der Gegenseite ein Lkw entgegen auf unsere Fahrspur. Und wir haben gesehen, dass uns das nicht mehr reicht. Musik Ein polnischer Lkw-Fahrer war Richtung Nürnberg unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache durchbrach seinen Sattelzug die Mittelleitplanke, geriet auf die Gegenfahrbahn und kippte um. In diese Unfallstelle krachte das Familienauto. Hier starben der Fahrzeuglenker, ein 43-jähriger Familienvater aus dem Badischen, und seine drei Kinder im Alter von 7, 11 und 13 Jahren. Auf diesem Sitz überlebte die Mutter der drei Kinder. ihre Familie hatte keine Chance. Wir senken uns jetzt ein Stück Gips zurecht, damit wir die erste Skulptur anfangen können für Vanessa. Ich hab gedacht, dass es so was wird, so eine Skulptur, wo man praktisch dort den Arm sieht und dort den Arm, und so ein bisschen den Kopf herausarbeiten kann. Ich muss mal gucken, ob man da irgendwie ... Also im Grunde genommen eine weiche Form. Ja. Ich wollte eigentlich nie an einem Grabstein mitarbeiten müssen. Die Erinnerung an die Einzigartigkeit ihrer Kinder, ihre Liebe zu ihnen und ihrem Mann, versucht Konstanze festzuhalten. Gestaltet in den Steinen auf deren Grab. Steinmetz Thomas soll ihr dabei helfen. Ich hab immer für meine Familie gelebt. Das war immer mein Lebensinhalt, das ist so. Und damit wird's, glaube ich, so ein bisschen abgeschlossen, wenn wir in der Hunger bleiben. Aber ich denk, wenn das soweit ist, wird dieser Dienst wahrscheinlich beendet sein, ich denk. Ja. Die macht mir Sachen grad klar, nicht? Das war jetzt eine Frage, nein, das war jetzt eine Frage. Das sind einfach solche Dinge, die dann, die da hochkommen. Die haben dann klar, das ist so. Wenn das Grab fertig ist, dann hab ich eigentlich nur noch hier Pflanzen einzupflanzen, um das zu pflegen und es irgendwie so zu lassen, also dass ich da ab und zu sein kann. Ja. Läuft das runter. Hast du schon mal die Position, die du vorher gemacht hast? Gut, ich denk, das hat mit mir zu tun, sie hat getanzt, sie war elegant und sie hat vielleicht auch zu Hause ab und zu mal getanzt oder dann hast du die Bewegung irgendwann mal aufgenommen. Ja, wahrscheinlich hab ich's irgendwann mal gesehen oder ich hab's, keine Ahnung, ich weiß nicht, das kommt irgendwo her, da kommen so viele Sachen aus dem Bewusstsein irgendwo her. Ja. 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 So, da wären wir jetzt in Jörgs Reich. Jörg war ein Genie, der gerne im Chaos gearbeitet hat. Ich habe hier Jörgs Laptop, das irgendjemand aus dem Auto rausgeholt hat. Ich weiß bis heute nicht, wer es war, aber so sieht ein Rechner aus, wenn er aus dem Auto kommt, das mit 100 Stundenkilometern irgendwo draufgefahren ist, auf eine Wand oder beziehungsweise auf einen LKW. Also ich glaube, das war wirklich einer der schlimmsten Tage nach dem Unfall, als wir diese Gepäckstücke im Wohnzimmer hatten und die Sachen ausgeräumt haben, die Kleider von den Kindern. Es war, Vanessas Schulranzen war dabei, der hatte nichts. Da waren alle Bücher drin, da war alles, also es war wirklich ganz schrecklich, das ausräumen zu müssen und dann zu entscheiden, was tut man jetzt, warum. Also da habe ich dann echt gedacht, warum denn bitte dieses blöde Gepäck. Ich habe die Wäsche alle gewaschen, da war ich ja das Hemd dabei, das er einen Abend vorher noch getragen hat. Ja, ich habe es gewaschen, ich habe es dann irgendwann später gebügelt, ich habe es in den Schrank gehängt und da hängt es noch, weil es sind einfach die letzten Überreste. Beim Unfall hatten die zwei Mädchen die Plätze getauscht. Ich habe es in den Schrank gehängt, ich habe es in den Schrank gehängt und ich habe es in den Schrank gehängt. Egal was, was der getan hätte, es hätte nichts an der Tatsache geändert. Also dieser Zusammenprall, der war einfach echt unausweichlich und, ja, krass. Da hat man echt keinen, echt, es war wirklich keine Zeit für noch mehr Gedanken. Das war einfach so dieses, oh, was passiert da jetzt? Und, ähm, ja. Ich habe versucht meine Tür aufzukriegen, die ging dann verhältnismäßig einfach auf. Und, ähm, und ich habe nach hinten gesagt, so, Kinder, schnell aussteigen. Ähm, da kam keine Reaktion und dann habe ich, dann kam zu mir so ein Gefühl, also ein ganz, ein Wissen, die sind, die sind schon weg. Das war, das war der Gedanke, den ich da hatte. Und ich glaube, in dem Moment hat, ähm, irgendwas bei mir umgeschaltet auf, jetzt musst du nach dir gucken. Weil, das war echt so ein Gefühl, die sind weg. Und ich habe dann einen Blick Richtung Fahrersitz geworfen. Ähm, und ich vermute, dass auch da mein Unterbewusstsein mir irgendwie gesagt hat, guck nicht noch näher hin, weil es war neben mir nichts mehr. Da war kein Lenkrad mehr, da war kein Sitz mehr, da war nichts mehr. Also es war, ich habe auf die Straße geguckt und da habe ich gedacht, okay, jetzt mal raus. Also ich habe dann eigentlich zugeguckt, wie das Auto verbrannt ist. Und habe dann auch, weiß ich, habe dann auch gesagt, da verbrennen jetzt meine Kinder und mein Mann. Also ich habe da echt zugeguckt und die Leute waren, die saßen da drumherum, was soll man da sagen? Vor dem Unfall drehte sich bei Constanze alles um ihre Familie. Plötzlich gibt es dieses Leben nicht mehr. Schwester Valeria unterstützt sie bei ihren ersten Schritten allein. Und so, ob das rote schmiert. Das schmiert so aus wie so ein Bau. Das passt nicht. Das passt nicht. Wie so ein Rohbau. Ja, vielleicht passt es. Aber ich weiß, ob wir gerne groß haben, steht hier. Das ist groß. Das finde ich jetzt ein bisschen zu... Trisch. Ja, ist das so. Also wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich schon Angst, dass sie sich was antut. Also dass sie sich irgendwie aus dem Fenster schmeißt oder so. Das habe ich. Die Angst war da. Ja, weil ganz viele, also ich selber eigentlich nicht so, aber ganz viele habe gesagt, da kann man doch nicht mehr weiterleben wollen. Wenn mir das passieren würde, ich würde mich umbringen, ich würde mich aus dem Fenster schmeißen. Da habe ich ganz viele Leute gesagt, die mehrere Kinder haben, so von meinem Freundeskreis oder Umfeld. Und mir wäre das gar nicht eingefallen eigentlich, aber ich habe da nicht gedacht. Das ist ein bisschen schön, das Baltenwort. Das ist ein bisschen schön. Das lebt so richtig schön. Und das war jetzt gleich so für die Kinder, haben wir uns vorgestellt, dass da Bewegung auch drin ist, dass die sich so ein bisschen ineinander drehen, die Stehlen dann auch, dass die nicht ganz so gerade sind, weil ich denke, so grausam es ist irgendwie so Charaktereigenschaften in den Stein zu meißeln. Aber ja, mir gibt es halt einfach nochmal die Möglichkeit, mich auch wirklich damit zu beschäftigen und ja, mich da nochmal. Also entweder es ist so, dass sie das zugemutet gekriegt hat, weil der liebe Gott wusste, dass sie damit irgendwie umgehen kann. Oder hat sie halt zusätzlich mit ihrer Kraft noch ausgestattet später oder gleich oder ich weiß es nicht, kann man es nicht erklären, aber ich denke, ich weiß nicht, ob es viele Leute gibt, wo sowas irgendwie wuppen können, aber wohl ist sie eine davon. Und das finde ich schon bemerkenswert. Also ich finde es schon irgendwie beachtlich. Aufgeben, das gibt es für Konstanze nicht. Sie stellt sich neuen Herausforderungen und meldet sich für einen Triathlon an. Das wird der Summertime-Triathlon sein, wo wir jetzt drauf hinarbeiten und da ist wichtig, dass Conny erstmal ziemlich gut aus dem Wasser rauskommt. Beim Radfahren mache ich mir gar keine Probleme und wie sie selber schon sagt, beim Laufen, da müssen wir halt gucken, dass sie die letzte Runde halt nochmal Gas geben kann. Also mir ist echt ganz, ganz wichtig, da über die Ziellinie zu kommen, weil ich einfach denke, das muss einfach sein. Ich muss das für mich machen und ich muss es irgendwie so ein Stück weit auch für die Kinder und für den Jörg machen. Ich habe den Sommer vor dem Unfall viel an meiner Geschwindigkeit trainiert, weil der Jörg einfach immer schneller gelaufen ist als ich. Ich bin, ich muss dem immer hinterherlaufen und ich bin an dem Samstagmorgen, an dem der Unfall war, war ich alleine laufen und ich bin an dem Samstagmorgen Jörgs Zeit gelaufen. Also ich, jetzt kann er in seiner Zeit immer mit mir laufen einfach. Eins, zwei, drei und hopp, komm, richtig hoch, her, boll. Und weiter. Und eins, zwei, drei. Und hopp. Und mal die Seite wechseln. Es ist so, dass meine Familie da auch immer dabei ist beim Sport. Gerade wenn so Wettkampf-Situationen sind oder solche einfach so Situationen, wo ich denke, ich kann jetzt nicht mehr. Und dann, dann merke ich, die sind da und die feuern mich irgendwie an und die sagen, Mama, komm, du kommst weiter und es geht. Und ja, das tut mir auch immer gut. Ich dann weiß, dass sie doch da sind. Und alles rauslassen. Komm, und aus. Und noch einmal einatmen. Und ausatmen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag viel Glück. Ich habe meine Familie über alles geliebt. Mein Mann war ein Partner für mich, der eigentlich fast wie eine zweite Hälfte für mich war. Und ich kann aus diesen großen Gefühlen hier einfach die große Kraft schöpfen, die ich brauche, um hier weitermachen zu können. Die Kinder haben viel gelacht und das Haus ist natürlich jetzt sehr still. Das kann ich, das werde ich niemals ausfüllen können. Die Freunde ihrer Kinder vermissen ihre Klassenkameraden sehr. Die beste Freundin ihrer Tochter Vanessa singt in einem Lied über ihre Trauer. Konstanze nimmt den Song mit ihr gemeinsam auf. Und ich denke, dass man sich so eklatant, dass man echt dann denkt, boah, wir hätten jetzt meine ausgesehen und ich mach mir da. Aber gern drüber mal Gedanken, wie das jetzt wäre. Ich habe sie halt vermisst und habe die ganze Zeit an sich gedacht. Habe ich sie halt gesehen, wie sie lächelt und so und lacht und so und habe mir die schönen Momente vorgestellt. Und dann habe ich sie halt aufgeschrieben. Jetzt kommt diese flotte Part. Genau. Alles klar. Denkst du oft an sie im Alltag? Natürlich, vor allem in der Schule oder so, weil sie saß ja immer neben mir und bei uns im Physiksaal sind auf unseren Plätzen noch Herzchen, wo wir gegenseitig drauf gemalt haben. Und so und so hat es schon viele Erinnerungen. Super! Ich denke, das war's, oder? Ich finde es ganz, ganz lieb von der Annalena, dass sie das mit mir geteilt hat und jetzt dann noch mit mehreren, weil ich glaube, dass wir damit jetzt ein bisschen angeben gehen, wenn das fertig ist, das Lied. Was hätte Vanessa jetzt der Song bedeutet? Ganz sicher ganz viel. Also ich bin sehr sicher, dass die Vanessa das ganz klasse findet. Die hat uns heute zugeschaut und finde das ganz toll, was wir hier machen. Am 6. Juni 1998 versprachen sich Jörg und Konstanze ewige Liebe. Sie feierten eine märchenhafte Hochzeit. Also ich war da echt ganz glücklich, haben ja auch später ganz viele Leute gesagt, dir sieht man echt an, wie glücklich du heute bist. Trägst du den Ehering gerade? Ja, ich trage jetzt beide. Weil, ja, nach dem Unfall, ich großen Wunsch hatte, irgendwas von mir bei mir zu haben, habe ich dann beim Beerdigungsinstitut angerufen und gefragt, ob eventuell Jörgsring irgendwo ist. So das Letzte wirklich Greifbare, was ich dann bei mir habe. So das Letzte. So. 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 Ich klimpe halt so vor mich hin, können tue ich es nicht wirklich, aber ich finde es unheimlich entspannt, sich einfach nur mit den Noten, mit den Fingern zu beschäftigen. Ich mache es echt gern, wenn ich dann auch an die Kinder denke. Die haben relativ viel Zeit auch hier am Klavier verbracht. Und ja, das beruhigt mich dann und ich spiele mir dann auch immer irgendwelche Sachen, die mir dann auch gut tun. Und dann hat so, wie du es mal zu mir gesagt hast, dass eine den anderen berühren soll. Die Kleine quasi in die Mitte genommen, dass sie nicht so am Rand steht. Könnten da den Namen reinmachen vom Jörg und seitlich hoch von der Vanessa und hier auch. Und drüben im Grunde hätte man auch da Platz oder seitlich hoch. Da gibt es ein bisschen das Grün noch drin und so. Da kann man ein bisschen erkennen, wie die Gruppe dann nachher da drin in dem Feld aussehen würde. Ich freue mich dann, wenn das jetzt wirklich auch so ein bisschen eigene Dynamik kriegt, weil ich diese Grünfläche, die um die Stelen drumherum ist, dann so gestalten kann, dass die auch selbst ein bisschen lebt. Also da werde ich neben all der Trauer auch mich freuen, wenn ich da Bienen sehe, wenn da einfach irgendwie noch lebendrunken ist. Das ist aber so, was hat man noch nie gesehen, oder? Die Frau kommt mal sehen, wie lange. Ja, klar. Toll, das passt echt gut mit den Symbole. Und das große Haar für die Tänzerin. Ja. Schön, siehst du, welches welches ist. Ja, klar. Sieht mal. Ja, sehr passend. Alleine im Familienhaus zu wohnen, fällt Konstanze sehr schwer. Sie lernt den 26-jährigen Bernhard kennen. Er zieht bald bei ihr ein. Ich hätte nie gedacht, dass irgendwann mal möglich sein kann, dass jemand mit ins Haus einzieht. Weil die Präsenz meiner Familie da für mich noch immer am größten ist und weil ich denke, dass das für jemand anderen sich auch so anfühlen muss eigentlich. Das ist halt so, bei jeder Sache, wo ich mich hingesetzt habe, habe ich so gedacht, da war schon mal jemand gesessen und der ist nicht mehr da. Und deswegen war das ganz schwer am Anfang. Auch irgendwelche Sachen umzustellen und so Sachen wegzuräumen. Irgendwie, wo ich gedacht habe, dass sie weggeräumt gehören oder was, wie auch immer. Das war schon richtig heavy am Anfang. Im Moment tut es mir einfach gut, nicht allein zu sein. Und ja, es macht mich ein Stückchen glücklich. Es hilft mir über diese schwere Zeit auch hinweg. Wahrscheinlich lenkt es mich auch ein bisschen ab. Aber der Bernhard ist auch da, wenn es mir richtig schlecht geht, weil auch das vorkommt. Ja, bin ich ganz alt froh. Ihr Umfeld reagiert unterschiedlich auf den neuen Mitbewohner. Nach dem schrecklichen Unfall steht Konstanze im Mittelpunkt des Dorfklatsches. Nicht jeder hier kann ihre lebensbejahende Einstellung nachvollziehen. Ich bin hier in einem Dorf, in einer Dorfgemeinschaft, wo ich unter Beobachtung stand und noch stehe, was mir grundsätzlich nichts ausmacht. Aber wo ich trotz allem manchmal denke und gedacht habe, was denken jetzt die Leute. Da gibt es in Spöck ein Theaterstück und da bin ich aufgetaucht. Ich konnte da echt zuschauen, wie die Leute fassungslos waren, dass ich tatsächlich mich da sehen lasse und dass ich da hinkomme. Und dass ich dann auch gelacht habe, weil das war ein lustiges Theaterstück und ich fand das lustig. Und warum? Das wäre ja falsch. Also wäre falsch. Und nachher haben dann alle gesagt, dass du da bist. Und die waren alle unheimlich froh, dass sie dann auch mit mir sprechen konnten und auch gesehen haben, man kann mit mir sprechen. Und es war ja für mich auch immer, immer wichtig, dass ich halt nach außen transportiert habe. Man kann mit mir reden, weil es für mich ganz wichtig war. Ich habe die Gespräche gebraucht, ganz nötig. Danke schön. Es wird immer irgendjemanden geben, dem irgendwas nicht in den Kram passt. Und natürlich gibt es auch welche, die sagen, jetzt kommt zu mir so ein junger Mann. Ich muss einfach lernen zu sagen, okay, die Leute dürfen das sagen, aber ich darf das so machen, wie ich es gern möchte. Bernhard steht ihr zur Seite und macht ihr Mut. Sie teilen die Begeisterung für Sport. Gemeinsam trainieren sie für den bevorstehenden Triathlon. Ich bin mir sehr sicher, dass wir um die Zeit gerade Mittag gegessen haben. Ich war morgens, ich weiß, es war Samstag, es war schönes Wetter. Wir haben dann mit meinen Schwiegereltern noch Kaffee getrunken und sind nach dem Kaffee dann losgefahren. Ja. Und dann ist es anders abgelaufen, als wir es uns ausgedacht haben. Im Kreis ihrer Freunde und der Familie verbringt Konstanze den Jahrestag des tödlichen Unfalls. Die schlimmen Erinnerungen an diese Nacht holen sie heute wieder ein. Das Schlimmste, was ich erleben muss, diese Nacht allein in diesem Krankenzimmer. Ich glaube, die Emotionen, die waren vorher noch gar nicht so wirklich präsent. Und die sind jetzt in der letzten Woche öfter mal aufgetaucht und die sind richtig unangenehm. Das sind so Momente und das möchte ich auch nicht mehr. Ich möchte, glaube ich, ich werde, glaube ich, viel Augenmerk darauf legen, dass ich nicht allein sein muss. So denken wir an Amelie Falkenberg. Wir denken an Erik Falkenberg. Vanessa Falkenberg. Jörg Falkenberg. Jörg Falkenberg. Jörg Falkenberg. Das kann ich natürlich. Ich werde jetzt wieder eine Weile wieder ganz unten sein. Und öfters wieder weinen. Aber ich glaube, der Tag war jetzt auch hilfreich für später in ein paar Wochen. Jörg Falkenberg. Inwiefern wird dir der Tag später helfen? Ich glaube, dass ich bald jetzt auch mal lächeln kann, wenn ich an sie denke und so nicht immer gleich weinen muss. Dass ich auch Lieder, die wir zusammen angehört haben, anhören kann, ohne gleich zu weinen. Auch einfach ein Lächeln habe und lachen kann darüber, was wir gemacht haben. Ja. Ja. Dann immer noch so ein bisschen Hoffnung, doch noch eins am Leben vielleicht. Und als die Gewissheit dann kam, dann kam mir ja wirklich gleich diese Frage, was hat dieser Gott mit mir jetzt vor? Was werde ich jetzt für eine Aufgabe hier haben? Ja, mal schauen, wo es mich hinführt. Konstanze wagt einen Neuanfang. Sie geht noch mal zur Schule und beginnt eine dreijährige Ausbildung zur Physiotherapeutin. Von der Urzeit her ungefähr selbe wie früher, nur dass ich das Pausenbrot jetzt halt für mich schmier und nicht für die Kinder. Das ist der gravierende Unterschied. Die Kauschei orthogzuarbe. Mit whimärisch muss man das penetrzen? Das erste Mal war ich auf der Autobahn mit einem guten Freund, der einfach gar nicht realisiert hat, was er da mit mir tut, der hat glaube ich selber gar nicht drüber nachgedacht, dass er jetzt mit mir das erste Mal wieder auf die Autobahn fährt nach dem Unfall. Es war dann eben auch so, wie es jetzt auch immer abläuft, in diesem Moment, wo ich dann denke, oh mein Gott, da kommt auf der anderen Seite ein Lkw irgendwie entgegen, da fühlt sich dann an, als würde so ein Rollladen runtergehen und sagen, ja komm, du kannst nichts ändern, fahr einfach weiter und wenn was passieren soll, dann passiert es ohnehin. Welche Bewegungen in der Wirbelsäule sind denn prinzipiell möglich? Wer könnte denn das nochmal kurz erläutern? Also Bewegungsmöglichkeiten haben wir die Flexion und die Extension, wir haben die Lateralflexion nach rechts und nach links und wir haben eine Rotation. Dann gucken Sie sich auch mal gleich vielleicht an, wie unsere Kinder sind. Da sind welche dabei, die könnten tatsächlich meine Kinder sein. Ich finde es unheimlich schön, dass die mich auch immer mitnehmen zum Feiern oder zum Geburtstagseinladungen. Es fühlt sich so ein bisschen an, wie nochmal ein bisschen jung sein. Ich genieße es einfach. Ich nehme es und genieße es. Ich fand es irgendwie schon immer spannend, was im Körper so innen drin so alles passiert. Und jetzt kriege ich es halt richtig beigebracht. Also ich finde es ganz spannend. Nur das Problem, dass ich es mir nicht merken kann zwischen und durch. Ich hoffe, dass ich da zum einen oder anderen mal was Gutes tun kann damit. Aber nett, weil es tut nur weh. Sie sagt immer wieder unsere Klassenoma. Ja, super. Also auch der Altersunterschied, das merkt man eigentlich gar nicht mehr so. Das ist eine super Freundin. Ich bin froh, dass sie bei uns ist, dass sie jetzt in die Klasse gekommen ist. Auch was die Musik angeht, da gibt es zwar noch Komplikationen. Da ist sie noch so vom älteren Schlag. Aber ansonsten, ja, also eigentlich ausgeglichen. Das Ziel ist langfristig mal, vielleicht dann doch das Haus in die kleine Praxis umzubauen. damit es einfach gerechtfertigt ist, dass ich da so ganz allein im Haus bin. Und dass sich das auch ändert. Ich möchte, also das Haus war vorher sehr belebt und da war immer ganz viel los. Und auch ganz viel Publikumsverkehr. Und das möchte ich eigentlich auch ganz gern wieder haben. Also ich möchte schon das Haus wieder mit Leben füllen. Und ich wünsche mir, dass ich das so dann vielleicht schaffe, dass das klappt. Applaus für die Damen. Summertime Triathlon Neuthard. Heute möchte Konstanze sich und ihrer Familie beweisen, dass sie die Kraft hat, ihren Weg zu gehen. Ich bin schon dann gespannt. Also ohne geht es auch nicht. So, als dass die Damen kurz als schlimmer sind. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, runter! Gap! Gap! Prennige Gaffer, von Schab, Tor. Prennige Gaffer. Prennige Gaffer, vom Schab, Tor! Einfach dieses Bewusstsein, ich habe jetzt einen großen Weg zurückgelegt, den Anfang zu sehen und zu wissen, wo lauf ich hin, das hat mir unheimlich viel Kraft gegeben, unheimlich viel Energie. Da gibt es auch eine Ziellinie, die da irgendwo auf mich wartet oder sie wartet, dass ich rüberkomme. Boah, was für ein tolles Gefühl mit so verhältnismäßig wenig Aufwand, so ein Gefühl zu kriegen, das tut mir gut. Der Friedhof ist für Constanze zu einem Ort geworden, an den sie sich gerne zurückzieht. Mit den vier Steinstehlen hat sie etwas geschaffen, das sie tröstet und mit ihrer geliebten Familie sichtbar verbindet. Sie geben ihr Hoffnung, das alles eines Tages vielleicht doch noch zu begreifen. Dieses Wissen, dass der Jörg mit den Kindern klarkommt, dass ich mir da keine Sorgen machen brauche und dass ich hier meinen Weg suchen kann, einfach auch mit ihrer Hilfe, weil ich ganz oft auch mal herkomme und denke, ich muss jetzt mal ein bisschen mir auch so ein bisschen Bestätigung holen, ob sie einverstanden sind mit den Dingen, die ich mache und es ist tatsächlich auch so, dass ich da manchmal eine Antwort kriege, wenn ich dann einfach weiß, ja, so kannst du weitermachen, das passt. Und manchmal denke ich, nochmal überdenken. Ich genieße heute einen Tag, wo die Sonne scheint, ich genieße den Anblick von einer schönen Blume oder ich genieße auch ein Gespräch mit jemandem, das hat sich ein bisschen gewandelt, einfach irgendwo hin verschoben, wo es vorher nicht war. Vorher habe ich mich gefreut oder ich habe genossen, wenn es den Kindern gut ging oder wenn irgendwie, weiß ich nicht, gute Noten es gab oder irgendwelche Fortschritte oder sowas. Wenn jemand zu mir sagt, dass ich da so in so einer tiefen Trauer versinken müsste, da muss ich mich echt wehren. Also da regt sich der Wunsch, das da einfach zu widersprechen und zu sagen, nee, natürlich ist es schrecklich, aber weit davon entfernt, dass das Leben zerstört ist, weil ich tatsächlich trotz allem noch Freunde habe und eine Familie habe, meine Eltern und meine Schwester, die da sind und da muss ich mich echt wehren, also da muss ich dann echt auch einfach sagen, nee, guck mal, ich leb noch. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020